Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lone Survivor. Ja, Mr. Kuma hier wieder am Start, beziehungsweise ein Teil von Mr. Kuma und erstmal muss ich mich wahrscheinlich entschuldigen, weil wir so lange nicht da waren. Hatte damit zu tun, dass wir beide Abi geschrieben haben und da natürlich wenig Zeit für Let's Plays übrig bleibt. Aber jetzt, wo das Ganze sich ein bisschen wieder entspannt hat, haben wir gedacht, setzen wir uns wieder ran und wir beide mit einem Let's Play, ich mit Lone Survivor und was Luke bringen wird, werdet ihr sehen. Ähm, ich hoffe, der Sound ist so in Ordnung für euch. Ich muss gerne mal checken, ob das jetzt auch gut ist, deswegen werde ich einfach mal ganz kurz unterbrechen, aber sonst geht's gleich weiter. So, alles einmal durchgecheckt, der Sound geht in Ordnung und ich würde sagen, starten wir einfach ins Spiel. Ich habe es schon ein bisschen angespielt, wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Testaufnahmen gemacht, da war der Sound aber immer zu leise, zu laut, meine Stimme war zu leise, zu laut, also es war alles nicht so gut, ich hoffe diesmal ist es in Ordnung. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel, das könnten wir natürlich nicht mehr los, wenn wir dann ein neues Spiel starten. Das bedeutet, wir müssen am Anfang noch einmal kurz den alten Spielstand löschen, aber ich war noch nicht so weit, insofern spielt das auch keine Rolle. Und so startet es erneut. Mein Name ist nicht mehr wichtig, denke ich. Ich habe mal gewusst, wie lange ich hier bin, aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Es ist schon eine Weile her, dass der Ausbruch war, also so viel weiß ich noch. Und ich höre ständig diese Dinger draußen von meiner Tür. Monster, denke ich, würdest du sie nennen. Und soweit ich weiß, bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Der letzte Überlebende. Vielleicht kann ich länger so weitermachen, wie du es jetzt. Ich habe fast keine Vorräte mehr. Und wenn der irgendwer noch außer mir draußen ist, muss ich sie finden. Denn ich möchte nicht alleine sterben. So, und da befinden wir uns auch schon mitten im Spiel. Wir sind hier oben, wie wir uns bewegen können. Und ich muss sagen, es ist, es sieht sehr komisch aus. Also wir wissen, irgendwie eine Krankheit oder ähnliches ist ausgebrochen und wir sind überlebend, ein einziger Überlebender vielleicht und müssen uns jetzt hier zurechtfinden. Und ich werde mal ein bisschen weiter in den nächsten Frame laufen. Okay. Ein Sessel. Ja, Armchair, ein Sessel. Äh, ein Tisch mit, mit Kaffee. Und ein Mann mit ner Box. Okay, den werden wir erstmal ansprechen. Hallo. Er ist damit beschäftigt, die Wand anzugucken. Und antwortet uns nicht. Alles klar. Ähm, hallo. Immer noch nichts, alles klar. Okay, der will wohl nicht mit uns reden. Können wir uns hinsetzen. Nein, möchte er nicht. Ja, weiter nach rechts können wir auch nicht. Zurück können wir auch nicht. Das heißt, wir können nur noch was mit dem Kaffee machen. Sieht aus wie ein doppelter Espresso. Ja, den genehmigen wir uns nochmal. Ah, sehr schön. Und das Licht beschimpft? Ich glaube, ich kann da hinten was führen. Oh, das klingt echt wie so ein Silent Hill Monster. Richtig eklig. Ja. Und... Was passiert hier? Ja, schön. Ich hasse sich. Oh, hör auf, den Kopf so zu bewegen. Geh weg. Ich kann mich nicht bewegen. Geh weg. Raus. Verschwinde. Verdammt. Das ist eins von diesem Ding hat. Ich glaube nicht, dass es mich sehen kann. Warte. Sieht so aus, als könnte ich mich dahinter verstecken. Mal gucken, ob ich vorbeischleichen kann. Okay, das heißt... Hier rein. Ah, jetzt sind wir... Ja, okay. Jetzt kleben wir hier so an der Wand. Wir können uns langsam... vorbeischleichen raus und... laufen, 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 laufen. Äh. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, er möchte nicht zurückgehen. Oder wir möchten nicht zurückgehen. Das heißt, wir gucken uns mal die Vorhänge an. Ja, warum sollten wir eigentlich nicht durchkrabbeln? Hallo? Hallo? Es ist eine Frau, anscheinend mit irgendwas in der Hand. Hallo? Hallo? Bist du okay? Was hältst du da in der Hand? Und... weg ist sie? Okay, es ist eine... eine Taschen... eine Taschentaschenlampe, höhö. Ähm. Kleine Taschenlampe. Okay, wollen wir sie mal anmachen? Ähm. Hä? Was war das denn jetzt schon wieder? Oh Gott, mein Kopf. Dröhnende Kopfschmerzen. Verdammte Einträume. Aber sie sind nicht besser als die Tage. Na ja, guten Morgen, Taschenlampe, alter Freund. Ah, jetzt können wir sie auch anmachen. Es wird Zeit, die... Welt da draußen... in Augenschein zu nehmen. Und hier liegt eine grüne Pille. Nehmen wir die mal... Ja, okay. I got signed up... Some kind of green medicine. Also grüne Medizin. Ähm. Gucken wir uns die mal an. Ah, okay. Es ist anscheinend irgendwie... eine Droge. Irgendwas in die Richtung zumindest. Ähm. Aber wir können mal das Radio benutzen. Also ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Fall Radio gemeint ist oder... oder so ein Funksprecher. Aber ich denke mal, es wird eher ein Radio sein. Mal gucken, ob ich irgendwas reinbekomme. Wir, die Überlebenden, beten für... in 203. Das ist alles, was ich kriegen konnte. Okay. Ähm. Vielleicht sollte ich wirklich für 200... also zum 203 gucken. Vielleicht ist jemand da drin noch am Leben. Ja, das kann natürlich sein, dass da jemand noch lebt. Oder aber das ist eine dauerhafte... also eine Tonbandaufnahme, die immer wieder abgespielt wird und die sind alle trotzdem schon tot. Ja, wir werden es ja vielleicht sehen. Gucken wir mal ins Tagebuch. Ja, lass uns mal reinschauen. Nichts zu aufregend, dass es heute passiert. Ich hab probiert, ein Insekt zu essen, das ich gefangen habe, aber es hilft nicht. Und da ich alleine bin, äh, muss ich jetzt... auf mich selbst aufpassen und da rausgehen. Ich muss eine Waffe finden, am besten irgendwas mit... äh, hoher Reichweite. No Sons of Bitches, also diese Hurensöhne, sind zu gefährlich, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und ich möchte nicht, dass ihre komische Krankheit auf mich überspringt. Und wenn ich diese Waffe finde, kann ich vielleicht was zu essen besorgen. Oh, und ich hab mich übrigens erändert, wo der Schlüssel liegt. Er ist auf dem Sofa im Wohnzimmer. Aber ich weiß nicht, wo der Schlüssel für ihr Schlafzimmer ist. Das war schon der letzte Eintrag. Okay. Hat uns jetzt insofern weitergeholfen, als dass wir wissen, die Viecher, die wir eben schon gesehen haben, also ich denke mal, es werden immer noch die sein, sind gefährlich. Das ist schon immer gut zu wissen. Und, ähm, es liegt ein Schlüssel im, äh, Wohnzimmer. Aber wir gucken erstmal hier auf die Tür. Ähm, dieses werde ich jetzt überspringend. Ich weiß, noch vom Anspielen, dass da die, die Controls drauf markiert sind und die muss ich mir jetzt nicht normal durchlesen. Ähm, wir können die Feuerleiter benutzen? Nein, können wir nicht benutzen, weil sie zu ist. Okay, wir brauchen einen Schlüssel für die Feuerleiter. Gehen wir hier erstmal raus. Ähm, ich denke mal, hier können wir die Flashlight auch nochmal ausmachen, die Taschenlampe. Wir gucken uns dann mal die, eine, eine Batterie, ja, wahrscheinlich für die Taschenlampe. So gut, dass ich die dann ausgemacht habe. Okay, also, Taschenlampe an. Und einmal nachgucken. Aber ist noch bei 100%. Also ich denke mal noch, wird da nichts runtergehen. Gucken wir uns mal das Gemälde an. Das ist so verschwommen. Das muss hier schon eine lange Zeit hängen. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das unsere Wohnung ist, aber wenn das unsere Wohnung ist, ist es so klar. Man lässt ja nicht nur einen Tag hängen, sondern natürlich länger. Gucken wir uns mal den Mantel an. Wir wissen nicht, wessen Mantel das ist. Und auch nicht, wessen Schuhe das ist. vielleicht doch nicht unsere eigene Wohnung. Also das ist, denke ich mal, die... Hier sind noch drei Türen. Ich gucke mir aber erst mal den Spiegel an. Wir können ihn verlassen und wir gucken natürlich rein. Ich sehe nichts Besonderes. Moment. Äh, Es fühlt sich an, als ob es probiert, mich zu einem anderen Ort hinzuführen. Aber es weiß nicht, äh, wo dieser Ort sein soll. Interessant. Kommen wir denn hier rein? Nein. Das locket nicht. Okay, also wir brauchen dafür den Schlüssel. Das dürfte dann wahrscheinlich nicht das Schlafzimmer sein. Kommen wir mal hier rein? Also wir haben einen Kühlschrank. Ah, das ist der, der, die Schlüssel für die Haustür, von dem, äh, Tagbuch-Eintrag die Rede war. Bzw. es war ja unser Tagbuch-Eintrag, also hätten wir uns noch einmal dran erinnern können, aber, naja, es scheint gar nicht so schlecht zu sein, seine Gedankenaufzimmer zu notieren. Wir können die Couch, nein, wir können sie nicht benutzen. Wir setzen uns erst hin, wenn wir einen guten Grund dafür haben. Okay. Gucken wir uns mal den, okay, irgendwas stinkt da drin anscheinend in dem Kühlschrank. Und sogar, obwohl wir diese, den Atemschutz tragen, macht es uns, äh, also benebelt es uns. Ähm. Ja, egal, wir können alles brauchen, was wir irgendwie kriegen. Wir werden das nehmen. Gucken wir, was es ist. Ich möchte es eigentlich gar nicht anfassen. Also, ah, schön. Es ist ein Stapel, äh, ein Stapel verfaultes Fleisch. Und da sind wir auch schon wieder, Entschuldigung, dass ich die Aufnahme einmal ganz, ganz kurz unterbrechen musste, ließ ich leider nicht vermeiden. Auf jeden Fall nehmen wir die, sechs Stück, von dem vergammelten Fleisch mit, weil das alles ist, was wir im Moment tragen können. Womit wir nicht, trotzdem müssen jedes Mal, wenn wir einatmen. Gucken wir uns mal den Ofen an. Mein Ofen. Ich erinnere nicht, wie es passiert ist, aber es hat kein Gas mehr. Oder er hat kein Gas mehr. Also, Gasofen und ohne Gas natürlich schlecht. Und wir müssen ein bisschen was davon finden. Okay, haben wir schon eine kleine indirekte Aufgabe. Und hier steht eine Waschmaschine mit einer Plüschkatze oben drauf. Ja, liebe die Plüschkatze, wird es sehr gut. Sehr gut. Sie wird uns beschützen von irgendwelchen Pasterl. Ähm. Will ich mir jetzt angucken. Oh, ich kann mit ihr reden. Was liebt ihr, You are so special and precious. Ja, du bist so wunderbar. Und wunderschön. Und überhaupt. So, mehr können wir glaube ich nicht tun. Ich denke mal, das ist die Haustür. Ja, das ist die Haustür. So, den Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Und bevor wir rausgehen, dann sollten wir auf jeden Fall einmal noch schlafen gehen, damit wir nicht völlig erschöpft sind. Ähm. Schlafen wir einmal, befinden wir uns. Entschuldigung. In Takt 2. Und das Game ist gesichert. Und wir fühlen uns natürlich jetzt ein bisschen besser. Der Kauf tut zwar wie immer weh, aber das ist es auch schon so. Und dann wollen wir uns mal hier rausbewegen. Ähm. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts? Ich mache mal die Flashlight an. Man sieht ein bisschen was, wenigstens. Nehmen wir mal die Karte. Okay, das ist die die Map von unserem Apartmentbezirk hier. Sieht aus, als ob jemand schon was markiert hätte. Gucken wir mal drauf. Ah, da oben, ja, das Fragezeichen. Sieht man ja direkt, das Nummer 203. wo auch der Funkspruch herkam. Und es war Cheese, Chais, Wohnung. Aber warum würde das jemand hier drauf markieren? Ich werde probieren, einen Weg dort hinzufinden. Ja, genau, das sollten wir tun. Das bin ich auch der Meinung. Oh, und da war eine Notiz drauf. Na, die können wir natürlich jetzt auch lesen.